Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und heute mal wieder ein Special aus der Serie Erklärvideos.com. Michaela, 19 Jahre alt, hat eben von Freunden erfahren, dass jemand auf Facebook mit ihrem Namen und ihrem Bild unterwegs ist und diesen gefälschten Account nutzt, um Hetzreden und Lügen über Michaela und ihre Freunde zu verbreiten. Wie kann sie sich dagegen wehren? Ist so ein vermeintlicher Streich überhaupt strafbar? Auch wenn es im deutschen Strafgesetzbuch noch keinen Straftatbestand gibt, der sich konkret auf den Identitätsklau bezieht, so machen sich die Täter aber doch gleich auf mehrfache Weise angreifbar. Hier greifen insbesondere die Tatbestände der Urheberrechtsverletzung, Verleumdung, üble Nachrede, Betrug und in vielen Fällen auch des Stalkings. Über die Erstellung einer Strafanzeige kann Michaela dafür sorgen, dass die Daten der Täter ermittelt werden, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich werden über Fake-Profile auch die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen verletzt und daher stehen den Opfern umfassende zivilrechtliche Unterlassungen und Schadenersatzansprüche zu. Problematisch ist es dabei noch immer, dass sich viele Betreiber sozialer Netzwerke weigern, die Daten der Täter herauszugeben. Zunächst einmal hat Michaela Glück gehabt. Der Fake-Account ist gelöscht. Doch die Täter geben keine Ruhe und verunglimpfen ihr Opfer weiterhin auf Facebook. Beleidigende Inhalte lassen sich mittlerweile recht gut bei Facebook melden und werden binnen 24 Stunden gelöscht. Michaela ist es wichtig, den wahren Urheber der verleumderischen Inhalte ausfindig zu machen. Um dies zu erreichen, kann sie Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten. Der Staatsanwalt hat dann die Möglichkeit, über Facebook die IP-Adresse und möglicherweise auch die weitere Facebook-Kommunikation des Täters zu verlangen. Oft sind Facebook-Mitglieder darüber hinaus ohnehin mit ihrem echten Namen registriert, sodass der Täter der oben genannten Straftaten schnell zu ermitteln ist. Handelt es sich um Jugendliche, drohen Jugendarrest und Schadenersatzansprüche. Je nachdem, wie schwer die angerichteten psychischen Schäden bei den Betroffenen sind, können die Schadenersatzansprüche schnell mehrere tausend Euro betragen und sich auch auf den Ersatz ärztlicher Betreuungskosten beziehen. Michaela kann sich also zur Wehr setzen und die Täter bleiben im Netz nicht unerkannt. Michaela geht auf Nummer sicher und auch wenn sich die Täter der Facebook-Hetze als ehemalige Mitschüler zu erkennen gegeben haben, ist es wichtig, im Internet vorsichtig zu sein. Denn auch ganz zufällig kann man Opfer einer anderen Form des Identitätsklaus werden über das sogenannte Phishing. Beim Phishing werden Daten von Internetnutzern über gefälschte E-Mails, SMS oder Webseiten abgefangen. Die Betrüger ahmen seriöse Webseiten nach und versuchen den Nutzer dazu zu veranlassen, über diese Seiten wertvolle persönliche Daten wie Pinnummern oder Tanz einzugeben. Oft ahmen sie die Webseite einer Bank, eines Online-Zahlungsdienstes oder einer Packstation nach. Nach Erlangung der Passwörter können die Betrüger ganz bequem ihr Konto ausräumen. Als Opfer eines Phishing-Angriffs sollten sie umgehend ihre Bank informieren, um den Schaden durch Fremdzugriff einzudämmen. Aber auch hier trägt der Kunde Verantwortung, denn wer durch Fahrlässigkeit seine Nutzerdaten preisgibt, der kann von seiner Bank auf Schadenersatz verklagt werden. Aber nicht nur Online-Banking ist das Ziel der Identitätsdiebe, sondern auch bei Online-Shops werden mit gestohlenen Daten Bestellungen ausgelöst. Wer eine Rechnung von einem Online-Shop erhält und feststellt, dass er Opfer eines Phishing-Angriffs wurde, sollte die offenen Rechnungen nicht begleichen, zumal er die Ware nicht selbst bestellt hat. Auch wenn viele Shops offene Beiträge anmahnen, können sie nicht nachweisen, dass sie als Kunde persönlich die Bestellung ausgelöst haben und so werden es die wenigsten Unternehmen auf eine gerichtliche Auseinandersetzung ankommen lassen. Als Grundsatz zum Schutz gegen Phishing gilt immer, sorgen Sie für eine angemessene Sicherung Ihres Computers durch eine Firewall und aktuelle Viren-Software. Geben Sie niemals persönliche Daten wie PIN oder TANZ per E-Mail oder Telefon weiter. Wenden Sie sich im Zweifelsfall persönlich an Ihre Bank. Wenn wir euch noch mehr Sachen aus dem juristischen Kontext erklären sollen, postet das hier unter das Video und wir schauen mal, zu welchem Thema dann das nächste Erklärvideo erscheinen soll. Euch an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Teilt das Video gerne in den sozialen Netzwerken. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.